Wir haben fast die selbe Höhe, wie die Flas. Ja. Dann können wir die andere Flas. Oder? Ja. 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 Dann müssen wir die Förderbänder hin und her ziehen. Schau mal. Dann haben wir das nämlich auch. So. Ja, das Dach ist, das können wir ja noch immer noch dazu. Klar. Ja, das müssen wir eh dann als Sitzes machen. Das Dach. Da bringt nichts, wenn wir das jetzt schon setzen und dann kann man nicht mehr vernünftig bauen. Das ist ein bisschen, ja. 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 Das kann sich sehen lassen. Ach guck mal. Die Öffnung ist sogar perfekt. Wow. Wie ausgerechnet. Ja, als ob das so sein müsste. Ja, guck der Mann. Zu lang. Das war zu lang. Das ist der Weihnachtsmann Finn. Natürlich, wenn der Micha, wenn der Micha alt und grau wird, dann sieht er auch aus wie ein Weihnachtsmann. Ja. Nein. Du schaust doch auch nicht anders aus. Ja, wer weiß. Das heißt, das gibt man jetzt nur als Weg benutzen und den oberen können wir schon mal schießen. Ja, ich würde den oberen erstmal nur lassen. Zumindest bis wir den Stink hier fertig haben. Also richtig, richtig fertig haben, weil sonst... Ja, ja. Ist schon klar. Aber sonst gibt es eigentlich schon theoretisch. Ja. Hört, sieht optisch doch cool aus. Warte, dann müssen wir noch hier eine Trägerfunktion einsetzen. Na, wo ist er? Einmal quer und einmal sehngerecht. Also. So. Und rechts und links sehngerecht auf. Nee, noch nicht. Probier's nochmal. Nee, das sieht doof aus. Gibt's? Äh, das kann man so schon lassen erstmal. Ähm. So. Warte. Wie viel Felder sind das jetzt in der Länge? Ne, ne? Ne, ne Länge. Wie viele Felder haben wir jetzt von dem Steg? Weil ich brauch die Mitte. Kannst du mal eben zählen? Ja. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Ein, vier, elf, zwölf, drei, fünf, vier, sechs, sieben, acht, ne? Ein, vier, elf, vier, sechs, sieben, acht, ne? Ein, vier, fünf, sieben, acht, fünfzig, fünfzig, acht, fünfzig, acht, sechs, sieben, acht, zwölf, sechs, sieben, acht, ne, zehn, zwanzig, acht, ne? 24 25 ist hier ungefähr die mitte so dann haben wir hier die mitte da genau in den solchen gebieter und egal gut ich muss aber unter regulär muss ich da erstmal runter aber jetzt noch nicht nur mal eben weil jetzt wo sie gucken was nehme ich denn da weil hier sind die kabel bei der ss architektur ich habe die produktion der türkis umbaut oder und nehmen so an an wir haben betont protest ja war trauschen ach da wie weit im weg hatte eine idee oder mache ich das hier wird aber nicht gleich mensch das geht nicht mit den normalen betonplatten wo heute wo eisenträger dabei also die betonplatten dabei sind als boahs denken bedingt das von oben aber ziehen kannst oder auch mal mutter so habe ich mal eben kurz das ding gesetzt da ist noch nicht das richtige ding was ich haben will aber jetzt habe ich erstmal so ein punkt wo ich dran draufsetzen kann was der falschen richtigen gefunden das ist ja cool träger direkt für schienen schon gesehen siehst du den dann geht man vielleicht daneben hier stehen also dazu band daneben als förderband für die zug dann für den zug bringt nichts und kann der zug doch nicht lang fahren wo sollen der lang fahren die sachen die kommen wir oben hinsetzen was so war naja also als idee natürlich musst du dich da auch noch mit zurechtfinden so aber wo ist was ist das was ich gesehen hatte das sah optisch was ist das was ist das was ist das das ist das das ist das fastuto was ist das nein der nich naja das ist ja mal deine Beine ok Frau er hat schon viel damit nein der nicht da ist da hingegen da da hier haben wir blöcke ist das nicht vor allem den nehmen nicht den hinsetze dann hatten wir so einen breiten der breiten will die nicht der freie schaut nicht so gut aus der sieht cool aus also nicht der sieht cool aus Dann probieren wir es jetzt mal ein paar Meter. Hallo, hört nicht so aus. Binnen ist gut. Das ist ein Stützfuß. Ne, macht er nicht mit dem Ding. Ich verstehe nur nicht warum. So, und das wird dann... Warte, ich brauche mal eine Stromleitung ein bisschen. Hier haben wir irgendwo, aber da haben wir einen. Da kommt der eh gleich wieder weg, die Stromleitung. Aber erstmal nur zum Bauen hilft es ja, ne? So. Ich glaube... Kannst du auch mal hier runterkommen, eventuell? Ja, das wird die Sonne fertig machen. Ja, machen wir gleich. Alles gemütlich. Ähm... Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Egal. So. Ja, ups, nicht so an... Ja, hier müssen wir jetzt mal irgendwie so ein Dingens machen. So ein Fuß, weißt du, einen dicken fetten. Ja. Oh, jetzt weiß ich nur nicht was zu hören. Ja, das bleibt mir nur die Standorte überwärt. Ja, das wird ja Maut, hoffe ich kann es sagen. Na, nicht unbedingt. Vielleicht habe ich da eine Idee. Warte mal. Hä? 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 Das ist nur eine Idee. Mal gucken, wie das dann wird. Warte mal. Aber da brauchen wir den anderen für. Das ist der. Ich bräuchte einen anderen. Der hat ja vier mal zwei... Äh, vier mal vier mal vier gehabt. Aber was passiert denn, wenn ich den einfach so mache? Gibt es da noch andere Dinge? Vier mal vier mal vier. Irgendwas zum vier mal vier mal vier. Nee. Nee. Ist das eine Doppel? Ja, guck mal. Wenn wir das so machen, ne? Aber... Moment, der muss dann nochmal weg. So. 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 Richtig? Nee, dann passt das glaube ich immer noch nicht, ne? Ja. Ja. Jetzt mal außen, einmal die... In der mitten, die jeweils die schrägen. Ich da noch einen hinsetze. Aber wir haben... Na halt, nur die in der mitten. Nur in der mitten. Und dann außen noch so ein Eckteil, oder wenn es gibt. Ja, muss doch nochmal gucken. Ja, muss doch nochmal gucken. Das sieht ja schon relativ... Angenehm aus. Dann müssen wir mal gucken, ob es da irgendwie sowas gibt. Was haben wir denn da? Das hier? Ah, Tauber war so spitzmäßig hier schon mal das. Warte mal, hier ist irgendwo ein Vieh. Ach da. Was ist das denn hier? Vielleicht... Ich hab ne Idee. Jetzt wo ich das Teil sehe. Jetzt wo ich dieses Teil sehe. Warte mal. So, ne? Machen wir erstmal... Bis nach unten. So, haben wir da schon mal optischen Schluss... Durchgemacht. Fäden. Ja, gut, wie sieht es so ein leichter Passler, ne? Ja. So. So. Ja, muss doch mal gucken. Mal irgendwie da mit irgendwas sowas, weißt du? Ne Frage. Mal denn hier. Mal nieder. 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 ich glaube das könnte was werden bin wie heißt das die hälfte das sieht doch da müsst ihr nur gucken was wir hier unten drunter entsetzen vielleicht kannst du da ja mal schon mal nachschauen ob du da irgendwas findest vielleicht so und jetzt musst du mal gucken ja das ist nicht ganz mittig aber ist ja lowish so aha so dass noch mal weg fast alleine alles gut dafür ist das spiel da und das finde ich auch ganz cool das ist einfach so ein bisschen cooler wert jetzt mal wenn man die sachen selber so ein bisschen verschieben könnte also ich sage mal so ging es zu früh und jetzt kann man schon mehr machen wir müssen ja eh noch ein bisschen weiter so zack 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 so haben wir das so dann so ach ja so so haben wir das bin ist gut so hätte ich das schon mal so dass sie wird noch mal mit sich gesetzt schön so müsste das ja eigentlich jetzt dieselbe genau so 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 so